ja hallo jörg fuhrmann hier vom freirauminstitut ich möchte mal heute ein sondervideo machen oder ein video impuls geben der intensiveren art zum thema hyperventilation und holotropes atmen wie der eine oder andere vielleicht weiß biete ich das holotropa atmen bei uns hier am bodensee an vor allen dingen in eiselsitzungen aber auch für paare und dann eben halt als gruppenworkshops hier unten seht ihr mich in basel in der giga ausstellung wo wir mit stanislav kroff zusammen waren nachdem wir das letztes jahr in basel das seminar mit ihm fasziniert haben genau ja also die die fragestellung ist holotropes atmen gleich hyperventilation beziehungsweise was wir als hyperventilation verstehen im klassischen setting oder klinischen setting das ist eine spannende frage dazu möchte ich eine einführung oder eine anregung geben von robert fried der das buch geschrieben hat die hyperventilation syndrome research and clinical treatment und er wies darauf hin dass wir eben halt in der modernen psychologie vor allen dingen an paradigmen folgen dass wir unerforschte zustände vergleichen mit relativ unerforschten zuständen wie zum beispiel hypnose mit schlaf gleichsetzen oder eben meditation mit sehr tiefer muskuläre entspannung und dann häufig das phänomen erleben dass da vergleiche und parallel gezogen werden die häufig die dann einfach so nicht konkret nicht passen und ungenau sind so und ja das ist eben ein dilemma ist in dem wir uns befinden und ich glaube dieses dilemma ist auch ja in diesem vergleich hyperventilation syndrom oder hyperventilation sprich holotropes atmen stück weit vorhanden und darum geht es in der präsentation ich möchte noch mal schritt zurückgehen das thema beschleunigter atem hyperventilation wird in unserer kultur ja ausschließlich pathologisch betrachtet und muss unterbunden werden wir haben aber in so gut wie allen alten traditionen hat ja stan auch immer darauf hingewiesen praktiken gehabt übungswege schulungswege mystische erfahrungswege gab die genau das gegenteil gemacht haben die haben den atem als gefährt als fahrrad genutzt genau wie sie häufig auch substanzen benutzt haben die ja bei uns auch verboten sind man könnte also sagen in unseren modernen kulturkreisen sind so ziemlich alle zugänge zum veränderten bewusstsein verboten oder zumindest stark unterdrückt oder eben pathologisiert alles was das bewusstsein eher einschränkt wie beispielsweise alkohol das ist erlaubt ja kann man sich fragen wieso das so ist so im yoga kennen wir vor allem das pranayama da geht es eben um verschiedenste arten methoden oder eben die feueratmung aus dem kundalini yoga da hatte ich auch schon ein paar leute hier ich hätte jetzt mal gesagt da ist eine sicherung durchgebrannt das wollte ich so nicht sagen habe ich auch jetzt gar nicht gesagt glaube ich also diese dinge können also sehr viel auch in den prozess bringen deswegen ist es immer wichtig mit wem man sowas macht und dass man das nicht unbedingt alleine macht und man sollte eine gewisse grundstabilität mitbringen deswegen machen wir vor jedem art für jede atem session mit jedem der kommt auch wenn er schon fünfmal da war immer wieder neues screening wird das nun wieder abgefragt und geklärt und wenn jemand zum beispiel auch nicht in der lage ist leichten sport zu machen dann muss der wieder nach hause gehen oder gewisse kontraindikationen vorliegen auf der körperlichen ebene oder auch auf der psychischen ebene wenn da grundstabilität nicht vorhanden ist dann geht das eben auch nicht ja da müsste man vielleicht mal das gegenteil machen nämlich ein bisschen runter kommen und eher was parasympathisches für sich machen was das nervensystem einfach beruhigt und stabilisiert und ja genau das interessante ist dass wir im yoga also wirklich die ältesten vermerkten vermerkten form von atemtherapie finden bis zurück in den upanishaden sind die vermerkt und ja das ja das ist einfach in indien gezielt oder auch in anderen asiatischen kulturen dann gezielt über meditationspraxis trainiert und initiiert worden ist ja also das ist wirklich deutlicher unterschied osho hat ja auch mal gesagt es gibt eigentlich auf der welt zwei religionen östlich und westlich von euphrat und tigris die östlich haben immer versucht mit diesen phänomenen zu gehen damit erfahrungen zu machen tiefer zu gehen und im westen haben im grunde das dualistisch aufgespalten und wollten damit nichts zu tun haben das sieht man zum beispiel bei der hinduistischen götterwelt sehr gut auch wo die götter fast alle irgendwelche anderen unterfacetten und teilpersönlichkeiten haben könnte man heute modern sagen die auch wiederum fast das genaue gegenteil verkörpern ja so ja kali ist so das klassische beispiel oder bayrapp dann auch die beschützer götter die sehen ja auch nicht gerade so schick aus oder so einladend und aktivieren eher den sympathikus wenn man die sieht ja aber trotzdem sind sie unsere beschützer in dem fall genau also dort gibt es eben sowohl die bewusst initiierten techniken als auch spontane episoden die spontanepisionen die könnte man also da könnte man eine parallele zielen zu heutigen episoden in der psychiatrie die da eben auch spontan auftreten und daher eben dann halt als syndrom gekennzeichnet werden da ist die frage ob das vielleicht ein versuch der selbstheilung ist bei der person wo das passiert stand ist der ansicht dass eben diese episoden nicht routinemäßig unterdrückt werden sollten wie wir das heute machen sondern eben halt durchgearbeitet werden sollten und unterstützt werden sollten leider gibt es dafür kein protokoll und kein wahrscheinlich auch kein interesse und auch überhaupt keine ausbildung im psychologischen und auch im medizinischen feld nicht genau ja da greift in das thema greift natürlich auch ein das stichwort prana also was wir als als die lebensenergie verstehen im asiatischen raum da gibt es ja viele konzepte chi oder ki egal wo wir hingucken ob das bhutan ist nepal china japan überall finden wir diese konzepte aber die gab es ja hier auch in unseren kulturkreisen also in allen schamanischen kulturkreisen finden wir das letztendlich für die westliche moderne medizin findet man nach wie vor die tc also das energiekonzept der tcm zum beispiel als ja hokus pokus und charlatanerie oder verschwörungstheorie vorher ich denke immer was sich über jahrtausende erhalten hat was man so lange intensivst praktiziert hat das hat irgendeine funktion oder nutzen und ich weiß es für mich selbst auch aus eigener erfahrung und die wissenschaftlichen bestätigung neben diesbezüglich ja auch deutlich zu was sollte auch klar zunehmend klar wird gerade aus der somatischen traumatherapie oder der körperarbeit körpertherapie was eigentlich seit 100 jahren schon klar sein sollte auch im westen ja also anderen ist schon viel länger klar bei uns eben mal wieder nicht ist dass wir körper und für also physis und geist und emotionen dass das alles eins ist dass eine enge wechselbeziehung besteht und dass es direkte zusammenhänge gibt eben zwischen der art und weise wie wir fühlen was wir für emotionen haben was wir denken und auch wie der atem fließt und je nachdem auf welcher ebene wir wo etwas wie modifizieren hat das wiederum eine wechselwirkung auf die anderen bereiche das kann man zum beispiel heute jetzt ja auch relativ gut dann zum beispiel mit hrv messen oder muskeltonus oder im gewebe in faszien oder im säurebasen haushalt etc nachweisen das trifft besonders zu auf natürlich auf die unbewussten atem prozesse die meisten davon sind ja unbewusst den ganzen tag über und besonders drastisch ist natürlich wenn wir uns ängstigen oder erschrocken sind ja das ist klar dann verändert sich der atem drastisch und das kann man auch sehr gut bewusst dann spüren auch klar ist dass wenn wir dem ganzen atem prozess als solches bewusster werden dass wir dann auch diesen automatisierten charakter verändern können der möglicherweise auch dann hier und da ein bisschen zwanghaft ist und das kann wiederum eine positive rückwirkung haben auf unseren charakter auf unseren körper oder auch auf unsere emotionen stanislav kroff hat das auch erkannt als ja einer der ersten auch progressiv dann vertreten gut in der zeit gab es schon andere techniken wie rolfing oder primal scream und andere dinge also kathartisch orientierte therapien waren ja in den 70ern sehr in mode würde ich mal sagen er hat da letztendlich darauf aufgebaut hat mit meditationslehrern mit yogalehrern und so weiter workshops zusammengegeben die hießen damals mannslongs das waren monatelange workshops zur selbsterfahrung und selbsterforschung ohne substanz das war dann zu der zeit als substanzen verboten wurden habe ich in einem anderen video bin ich da auch länger darauf eingegangen und er hat dann eben das holotrope atmen entwickelt rechts auf dem bild sieht man so ein setting wie das bei uns hier am bodensee aussieht in der halle wo ich das mache genau da ja also das hat er eben dann entwickelt und hat da sehr viele bücher zugeschrieben und ich habe auch einige videos mit ihm bei mir im kanal auch auf deutsch genau und er hat eben also eine kernerkenntnis ist eben dass der atemhalt in ähnliche zustände führen kann wie in substanz gestützter therapie die er lange durchgeführt hat mit lsd vor allen dingen und dass es im reichianischen sinne eine möglichkeit ist verpanzerung im körper und in der psyche also auch im charakter im energiesystem letztendlich zu überwinden zu vollenden gestalten zu schließen zu vollenden und dass wir über den atem auch an tiefer liegende schichten unseres bewusstseins kommen die wir sonst eben nicht zugänglich haben ja und dafür schätze ich seine also sein konzept und seine arbeit auch sehr und ich muss persönlich sagen ich arbeite ja seit vielen vielen jahren mit hypnose ich habe das ja schon mit sechs sieben jahren rum gelernt und von meinem hausarzt damals und ja also das holotruppe atmen das geht noch mal eine ganze etage tiefer und es ist noch mal wesentlich eindrücklicher und ich habe selber sessions erlebt die ich durchaus vergleichen konnte mit den erfahrungen die ich zum beispiel in südamerika bei den schua indianern gemacht habe mit ayahuasca und anderen sachen und das war teilweise wirklich ja wirklich vergleichbar oder manchmal sogar gab es sitzungen holotruppe atmen die waren auch stärker alles beginnt mit dem ersten atemzug oder nach stankroff noch davor letztendlich schon im mutterbauch da bin ich in anderen videos auch schon darauf eingegangen aber der erste bewusste atemzug ist häufig für viele schon ein trauma weil die die nabelschnur viel zu früh durchtrennt wird da gibt es auch ein video im kanal mit der friederike meckel fischer die hat auch über diese geburtstraumen gesprochen kann ich unten auch noch verlinken ja wenn die nabelschnur zu früh abgeschnitten wird dann kann das blut aus der placenta nicht noch rüber fließen in das kind und die lungenflügel müssen zu früh anfangen zu arbeiten und das erzeugt schon einen ersten schock und dann ja hat das kind schon im grunde das das erste mal also wenn die geburt jetzt gut verlaufen ist dann ist schon die erste drastische todesangst jetzt alleine durch diese fehlbehandlung könnte man sagen ja entstanden ich nenne das jetzt mal so weil es gibt eigentlich keinen sinnvollen grund außer dass die medizin die placenta braucht und das blut und so weiter ja wenn man über atem spricht muss man auch bei den hirnstamm sprechen der hirnstamm und die kerngebiete vom hypothalamus enthalten die haupt regelkreise für die sämtliche komponenten des parasympathischen systems nervensystems und dazu gehört auch die medulla oblongata die auch das atemzentrum genannt wird das sieht man rechts der hirnstamm ist eben dieser bereich der im grunde am oberen ende der wirbelsäule sitzt und dann ins gehirn übergeht ja und dann in also die die älteren hier teile quasi dann verbindet mit den neueren gehirnteilen und das cerebellum sitzt dann quasi oben hinten also hinten drauf und ja diese bereiche kann man vor allen dingen indirekt nur beeinflussen aber das geht zum beispiel durch hypnose oder durch körperliche aktivitäten oder durch durch innere bilder oder eben durch halt bestimmte praktiken die ich schon erwähnt habe aber wozu auch der ganze bereich der achtsamkeits meditation gehört oder auch eben die wim hof methode ja wie ich gerade sagte medulla oblongata gehört eben zum hirnstamm und zum zentralen nervensystem neben dem atemzentrum dient es auch der regulierung des blutkreislaufes und der reflexe die ja auch häufig beim verbundenen atmen dann aktiviert werden und ja in irgendeiner art und weise zum tragen kommen dass das da etwas im grunde sich dann bahnbrechen möchte über die reflexe genau und wir haben dort auch die sensoren sitzen für den säurebasen haushalt das ist auch sehr wichtig kommen wir jetzt zu der ph spiegel im blut er hat ja eine relativ kleines toleranz fenster ja also das ist eigentlich schon zu breit eingezeichnet also nur dieser schmale streifen dort in diesem bereich befindet er sich in der optimalen balance und sobald der im grunde in eine disbalance kommt dann geht schon die post ab also dass das geht sehr schnell und wir haben gerade durch diese erhöhte abatmung so ist die theorie was den ich sag mal bei das pathologische hyperventilations syndrom oder die pathologische hyperventilation angeht die es ja durchaus gibt von menschen die jetzt eine erkrankung haben körperlicher art oder stress die dann davon übermannt werden da geht das eben sehr schnell dann wird das zu viel co2 abgeatmet und verändert sich der spiegel im blut dann gerät der säurebasen haushalt außer balance und dann kommt es eben entweder zu einer sympathischen aktivierung mit über erregung und krämpfen oder eben in den anderen bereich in diese parasympathische aktivierung rein die dann im grunde zur erschlaffung führt bis hin zu bewusstlosigkeit wenn man das im icd nachguckt r 0 6.4 dort sind dann folgende kriterien beschrieben also der atem ist schneller vertiefter das haben wir beim holotropen atmen auch kribbeln in händen und füßen und um den mund kennen wir auch dann hyperventilationsthetanie ist auch im holotropen atmen bekannt taubheit der hände auch schwitzen hitze das ist auch die energie die wir dann auch im ja beim feueratmen zum beispiel hervorrufen möchten bei kundalini atmung dann kann es zu zu schmerzen kommen im oberbauch bei der klinischen form oder eben schwindel bis hin zu ohnmacht ist beim holotropen atmen ohnmacht ist da bis dato noch nicht aufgetraucht wüsste ich jetzt auch nicht von jemand anderem dass es da so passiert wäre dann gibt es in der klinischen form eben auch erstickungsangst atemnot ja dann unruhe ängstlichkeit zittern das kann natürlich am holotropen atmen auch kommen und in der klinischen form gibt es akute und chronische verläufe ja also es wird auch heute immer noch vom hyperventilationssyndrom gesprochen und bei wikipedia zum beispiel wird holt beim holotropen atmen wird auch von hyperventilation gesprochen das haben auch schon viele leute versucht zu ändern oder rauszunehmen es wird dann immer wieder von irgendjemandem reingesetzt ja so ist das halt bei wikipedia ist auch keine demokratie also ja und dann klickt man da drauf und dann kommt man automatisch auf die quasi hyperventilation der pathologischen art das ist eben das problem dass wir in unserer kultur dafür keine andere form haben als diese pathologische besetzung die ursachen dafür habe ich gerade schon gesagt können psychische art sein also emotionale art oder eben halt körperlicher natur meistens sind es überlastungszustände habe ich letztens wieder ein video gesehen von einem sportler der hat sich so richtig gegeben hat das nicht gemerkt dann ist der elektrolythaushalt im keller gewesen es war heiß er zu wenig sich regeneriert zu wenig getrunken ja zu wenig geatmet wahrscheinlich auch und dann ging das los und dann hat er im grunde panik gekriegt oder die panik war vielleicht auch vorher schon da und dann in dieser panik die hyperventilation dann hat sich das verstärkt dann hat er noch sich negative autosuggestionen gegeben weil er gemeint hat ihn hätte womöglich ein giftiges tier gebissen oder gestochen was er nicht gemerkt hat ja und das wurde dann immer schlimmer bis in dann jemand beruhigt hat der dann mediziner war das ist ja so das klassische arzt syndrom ruhe bewahren sicherheit ausstrahlen und dann wird häufig die tüte davor gehalten vor den mund dann wird der co2 ausstoß verringert und dann geht es auch schon besser eine andere sache ist natürlich wenn es organische gründe gibt die davor liegen dann ist es natürlich klar dass es da noch mal eine andere abklärung oder nachbearbeitung braucht ja folgen können sein also das habe ich schon ein paar sachen habe ich schon gesagt sympathikus wird aktiviert puls geht hoch kohlensäure mangel und basenüberschuss im blut ja das wird dann im fachjargon als respiratorische alkalose beschrieben was wiederum eine bindung vom freien kalzium bewirkt und die blutgefäße des gehirns und der haut kontrahiert was wiederum bewirkt dass der kalzinspiegel weiter abfällt was wiederum zu muskelkrämpfen und zu weiteren nervositäten führen kann gut also festgestellt hat man jetzt aber in tests auch und klinische untersuchungen dass dieser abfall des blutflusses nur 20 bis 30 minuten der fall ist und danach kommt es in der regel zu einem stetigen anstieg der wieder nach 90 prozent der zeit also auf 90 prozent geht auf der baseline innerhalb von viereinhalb stunden das ist also beim holotropen atmen ja ungefähr das setting das heißt also wir haben eigentlich nur 20 bis 30 minuten verstärkte und vertiefte atmung weil es ist ja schon auch eine hyperventilation wenn man hyperventilation ist definiert als tiefer und schneller atmen genau das wird daher beim holotropen atmen gemacht aber es gibt eben einen wesentlichen unterschied und das ist nämlich der dass es bewusst getan wird in einem gewollten setting mit einer bestimmten vorab abklärung und einer bestimmten aufklärung das ist ganz wichtig dabei und eine bestimmte begleitung natürlich was wir beim holotropen atmen dann häufig haben ist oder auch wünschen ist ja diese bewusstseinserweiterung die im regelfall auch eintritt da gibt es verschiedene theorien die sind aber alle nicht hundertprozentig wasserdicht das sind erstmal thesen und die sind nicht nicht klinisch in ausreichendem maße erforscht also manche gehen von einer kortikalen von der unterdrückung einer kortikalen hemmung aus dass es dadurch zu einem erweiterten bewusstsein kommt einer umfokussierung dann haben wir die einflüsse des nervensystems ja also dass da der blutfluss verändert wird oder auch die gehirnwellen dann haben wir möglicherweise eine hemmung im großhirn aber die alten gehirnteile laufen weiter auf normalmodus das heißt also sonst verdrängte inhalte aus dem limbischen system oder stammhirn können hochkommen ja das ist ähnlich vergleichbar mit psychoaktiven substanzen oder sogar mit alkohol kennt man ja auch ja also wenn da jemand sich richtig die kante gegeben hat auf einmal ist der total witzig oder völlig aggressiv und man hat das gefühl hat einen völlig anderen menschen vor sich das genau das manche sprechen auch von der thalamischen öffnung also dass der thalamus dass sich da das tor zum bewusstsein der filter mehr öffnet und einfach mehr wahrgenommen und durchgelassen werden kann und dass informationen die sonst als irrelevant klassifiziert werden eben weitergeleitet werden und zugelassen und anders verarbeitet werden können das wäre wieder zum beispiel ein bisschen ähnlich mit hypnose auch vielleicht spielt auch die mt eine rolle obwohl jetzt zum beispiel david nichols ja auf der breaking convention die dmt-these ziemlich zerschlagen hat hat habe ich so den eindruck ja dmt könnte möglicherweise auch eine rolle spielen dabei also stans erkenntnis war ja die und die basierte basiert auf mindestens 35.000 rotroben atemprozessen ich kenne den aktuellen stand nicht rechts ist ein bild von ihm ein fressen für den psychiater von giga das ist auch in der ausstellung wo wir waren ja also passt vielleicht gerade zum thema also seine erkenntnis ist dass menschen die ganz gezielt ja in diesen hyperventilations zustand reingehen eben kein klassisches hyperventilations syndrom haben das ist jetzt natürlich paradox also dass das eben nicht der fall ist trotz stundenlanger hyperventilation und dass sie stattdessen also eher in zustände reinkommen von entspannung oder mystischen transzendenz und erfahrungen und gipfelerlebnissen oder auch sexuelle erregungserlebnisse oder einfach wirklich kathartische entladung ja also dass da was ganz anderes passiert als das was in diesem hyperventilations syndrom spektrum so pathologisch beschrieben wird es gibt menschen natürlich die auch spannung im körper dann entwickeln oder die hochkommen das ist auch unsere erfahrung die wir so in der praktischen arbeit hier haben ich arbeite auch viel mit einzeln klienten und paaren hatte ich ja schon gesagt und da ist es eben auch häufig dann das eben prozess sich da so ein kulminations punkt aufbaut teilweise auch wirklich komplett ohne so eine titanie wie sie da beschrieben wird und das ist dann eben zu dieser ja abreaktion kommt und dann schlägt es eine komplette entspannung oben wo man vielleicht auch eine parallele zielen könnte zum sexuellen orgasmus ja was man vielleicht kritisch betrachten kann an dieser stelle ist wenn man die somatischen konzepte dazu nimmt kann es natürlich auch zu einer starken erregung kommen vom sympathischen nervensystem und ist dann umschlagen in ein dorsal vagalen modus wo derjenige dann eher in so einer art starre geht also das habe ich selber auch ein paar mal erlebt und dann ist es teilweise schwierig das von außen zu sehen habe ich den eindruck oder es wird leider auch dann nicht immer gesehen vor allem in großen gruppen nicht wenn dann die facilitatoren für viele leute zuständig sind dann liege ich da schon mal einer mit möglicherweise rum für längeren zeitraum und befindet sich eigentlich in totalen erstarrungszustand und da wäre es eigentlich dann wichtig dass der wieder in diesen ventralen vagos kommt und ja in das soziale engagement und leute die vielleicht sehr viel trauma haben für die wäre es möglicherweise hilfreich erstmal eine somatisch orientierte trauma arbeit im vorfeld im einzelsetting zu machen bevor sie jetzt in diese doch schon sehr auch konfrontative und provokative arbeit reingehen ja gut spannung und emotionen und ladungen also sich abbauen das habe ich selber auch gemerkt ich habe über 100 sessions gemacht für mich selber und das ist auch etwas was ich selber sagen kann definitiv das wird weniger und das bietet auch die möglichkeit das schichtweise so abzutragen und dinge dann entsprechend nach oben zu bringen die sonst eben nicht nach oben gekommen wären es denn sagt selber dass physische manifestation die sich während des atmens in verschiedenen bereichen des körpers zeigen nicht nur einfach physiologische reaktionen auf schnelleres atmen sind sondern eben eine psychosomatische struktur offenbaren eine komplexe struktur die eine spezifische bedeutung hat für das jeweilige individuum ja also dass sie sich manchmal dass es eine abbildung ist von dessen von dem was derjenige sowieso schon im alltag mit sich macht von seinen chronifizierten problemen und themen und ja die auch einfach als stress in seinem leben ständig vorhanden sind und die ja die eine rolle spielen für ihn und auch die lösungsstrategien die dysfunktional sind die kommen dann möglicherweise auch aufs tablett gut und es kann sein dass sachen hochkommen von frühester kindheit bis aus dem babyalter oder vielleicht sogar aus der perinatalen phase auch wenn die medizin das heute nach wie vor verleugnet weil indem sie noch kein gedächtnis da wäre aber wir wissen ja auch dass es doch schon so was wie zellgedächtnis gibt und kann man sagen bei einem kleinen teil oder bei einem teil hat man dann co2 dazu titriert und weder die ärzte noch die probanten wussten wer ist was so oder wer bekommt was ja und das ergebnis war eben so also das im grunde ist so gut wie kein unterschied gab zwischen diesen beiden gruppen so und das ist spannend weil damit ist eigentlich die ganze co2 co2 theorie ein stück weit gekippt worden was das ganze thema angeht und man ist eigentlich auf den punkt gekommen dass man gesagt hat okay hyperventilation scheint nicht die ursache zu sein sondern die folge eines solchen anfalls das geht ja jetzt eher dann schon in die richtung die stan auch schon und andere beschrieben haben das fand ich sehr spannend james ayerman psychiater aus kalifornien der auch schon sehr lange holotropes atmen macht den ich auch in meinem kanal auf mit dem video vertreten habe und auch interviewt habe das video ist aber noch nicht im kanal der hat das nochmal beschrieben es wurde vermutet dass während freiwilliger hyperventilation eine verminderung des zerebralen hirnflusses auftritt Hornsfeld und Garsten haben auch gezeigt dass dem nicht so ist also bei freiwilliger hyperventilation das ist ja das holotropa atmen genau das hyperventilation syndrom wird seitdem als elegantes aber wissenschaftlich unhaltbares konzept betrachtet man nahm ferner an dass eine störung des säurebasen haushaltes das ionisierte kalzium im blut reduzieren würde und durch titanikribbeln und epileptische anfälle ausgelöst würde eine signifikante respiratorische alkalose scheint bei freiwilliger hyperventilation mit körperlich gesunden probanden ebenfalls nicht aufzutreten interessant es ist so dass schon also eine minimale alkalose auftreten kann bei der hyperventilation aber die ist im grunde nach 20 minuten schon wieder passé das heißt es gibt ein puffer im blut der das im grunde wieder neutralisiert und spannend ist dass eben gerade die außergewöhnlichen transpersonalen erfahrungen auch die krämpfe häufig erst deutlich danach auftreten in den atemprozessen das heißt also dass dieses konzept hyperventilation syndrom und den effekten die beim holotropen atmen auftreten auch wenn da hyperventiliert wird das kann man nicht gleichsetzen das ist es scheint dann doch so zu sein dass das bewusstsein noch mal was ganz anderes ist als das was wir meinen und dass diese dinge die dann kommen ganz anders funktionieren als eben auf diesen ebenen wie wir sie jetzt heute hier gerade hier gehört haben ja also das ist es wirklich ganz wichtig sich das noch mal klar zu machen und ja wie heute geht man davon aus dass eben diesem syndrom andere faktoren zugrunde liegen wie zum beispiel eine instabilität und ja panikstörungen beispielsweise jim oder james hat zwei thesen noch aufgestellt im journal of transpersonal research 2014 einmal die diese zum autonomen nervensystem und die polyvagal these zum autonomen nervensystem hat er die these aufgestellt in verbindung auch zu yoga übungen weil er hat sich auch sehr viel mit tibet und indien beschäftigt dass eben diese pranayama übungen eben diesen autonomen tonus des oberen brustkorbs und des halses auf der zellebene des bindes bindegewebes verändern und dass das eben zu einer änderung der chemischen regulierung des peripheren nervensystems sowie im bereich der reflex synchronisation der elektrischen aktivitäten des gehirns führt und dass das eben die folge sein kann für diese außergewöhnlichen erfahrungen und dann gibt es eben auch im rahmen dieser polyvagalen these wenn man das mit der yogatradition wieder in verbindung setzt die ansicht dass der atem die rhythmisch afferenten vagalen impulse also die von unten nach oben quasi vom becken zum zwerchfeld zum gehirn hochgetrieben werden die neurophysiologie in mehreren bereichen des gehirns verändert oder des nervensystems verändert und eben zur freisetzung von eben allen möglichen transmittern führt beispielsweise oxytocin dopamin serotonin noradrenalin und so weiter also unser körpereigenen drogenhaushalt oder cocktail das war ja auch ein stück weit die aussage von nickels in bezug auf diese dinge die man ja belegen kann schon und messen kann warum braucht man dmt weil das wenn wenn man das ausgeschüttet bekommt ist man ja eh schon im siebten himmel okay resümee also als erstes kann man vielleicht sagen dass weitere forschung auch notwendig ist in dem bereich weil es nach wie vor alles ziemlich unklar ist also gerade jetzt für die holotropen erfahrungen in einem gewollten setting mit wie oben beschrieben leuten die nicht gefährdet sind die das will nicht als bewussten akt machen weil sie sich selber mehr erleben erfahren und erforschen wollen und weil sie vielleicht veränderte wusstsein zustände erleben wollen ohne sich substanzen einwerfen zu müssen ich könnte aber auch vorstellen dass es da die psychodelische forschung so boomt im moment dass dort also in zukunft vielleicht auch mehr schlüssige erklärungen noch aus dieser richtung kommen werden ja ein problem also von hyperventilationsforschung ist bis dato dass die studien häufig sehr die zeit der hyperventilation sehr kurz angelegt ist häufig nur 15 minuten deswegen kann man das im grunde gar nicht eins zu eins übertragen auf eine dreistündige hyperventilationssitzung und wie ich schon beschrieben habe durch die studien von 1996 97 ist die aktuell immer noch angewandte hyperventilationssyndrom these im grunde irrelevant es gibt auch noch zwei positive ja ideen oder merkmale die man vielleicht noch mit in betracht ziehen sollte die eine das eine ist die these von einem psychiater aus den usa dem michael mithöfer der auch holotropic facilitator ist und für maps da die fortbildung macht mit der mdma betreuung und da kommt das holotropa abendern auch drin vor dass bei diesen subclavia anzapf syndrom wo von diesen arterien die darunter gehen an dem hirnstamm im grunde dass da die dass da die eine seite die dann verstopft ist im grunde verschlossen ist dass die wieder besser laufen kann dadurch dass es dann eben rum gepumpt wird und ja dann kommt dieser durchfluss wieder besser zustande auch bei arterien konstruktion bei älteren menschen oder bei verengten arterien findet man also anschließend eine bessere versorgung von sonst unterversorgten gehirn areal vor ja also das vielleicht so zum abschluss jetzt und ich hoffe ich konnte euch einen kleinen einblick geben in die widersprüchlichkeiten von der klassischen deutung von hyperventilation und dem was beim holotropen atmen passiert und ja vielleicht hat es euch ja neugierig gemacht könnt ihr gerne unten kommentieren liken teilen und ich wünsche euch allen wenn ihr noch keine erfahrung gemacht habt eine gute begleitung dabei und ja viel vertrauen zu versicht und mut auf diesem weg wenn ihr den gehen wollt und in diesem sinne alles gute und schöne grüße vom bodensee sendet jörg fuhrmann tschüss